Was ist der Zivilltechniker für Maschinenbau? Der Zivilltechniker für Maschinenbau hat vielerlei Tätigkeiten. Die wesentlichste Tätigkeit, so wie ich sie sehe, ist einmal das Prüfwesen. Und die zweite Tätigkeit ist die Entwicklung und die Konstruktion. Im Prüfwesen prüfen die Zivilltechniker für Maschinenbau Anlagen von Betrieben, die für die Verarbeitung von verschiedenen Materialien verwendet werden. Es ist hier eine Prüfung gemäß dem Gesetz der Arbeitsmittelverordnung, welche da ist, um die Menschen vor Gefährdungen durch Maschinen zu schützen. Der zweite Bereich, die Konstruktion und die Entwicklung, umfasst diese Tätigkeit, dass hier Kunden, Betriebe kommen und Leistungen, Ingenieurleistungen bestellen wollen für Anlagen, die neu zu entwickeln sind, die nicht hier von der Stange gekauft werden können. Der Arbeitsalltag für einen Zivilltechniker ist zweierlei geschichtet. Je nachdem, wie die Spezialisierung läuft. Ist die Spezialisierung des Zivilltechnikers für Maschinenbau in dem Bereich Entwicklung und Konstruktion, spielt sich der Arbeitsablauf sehr häufig im Büro ab. Denn hier entstehen die einzelnen Konstruktionen, Berechnungen und Ideen. Hier ist man weniger beim Kunden, jedoch muss man auch vor Ort sein, um hier zu sehen, wie die einzelnen Maschinen, die zu entwickeln sind, angewendet werden. Im zweiten Bereich des Prüfwesens, wo der Zivilltechniker als Prüfingenieur tätig ist, ist er zu 80 Prozent vor dem Kunden, weil die Maschinen und Anlagen müssen eben dort geprüft werden, wo sie aufgestellt sind.